Die härteste Gruppe, die einzigartigste und wirklich mit das Beste, was wir in der Welt haben. Wir sind echt stolz, dass wir hierher kommen durften und Ihnen hier die Auszeichnung verleihen. Erfolgreichster nationaler Act im Ausland. Welterfolg made in Germany. Ihre Bühnenshow legendär. Die Texte provokant. Konzerte in Australien, Amerika und Japan sind innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Ihr Best-of-Album made in Germany stürmt die Charts rund um den Globus. Rammstein sind auch 2011 der erfolgreichste Musikexport aus Deutschland. Ladies and Gentlemen, Rammstein! Wenn diese Jungs auftreten, dann steigen die Benzinpreise in der Stadt. Warum, das sehen Sie nachher noch, wenn Rammstein auftreten. Ab dem nächsten Monat sind Sie auch auf großer Tour durch die USA und Kanada, wo Sie sehr viele Fans auch haben. Vielen Dank, danke schön. Dankeschön. Es freut uns, die Achse des Bösen ist noch ungebrochen. Mit Ihrer Band Frieda Gold hat sie den heutigen Abend musikalisch eröffnet. Jetzt präsentiert Sie die Kategorie Video.